hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge marchfelderland mit mir und heute auch wirklich mit einer aufnahme von dir das zeigste was machst du das ist schon ziemlich mini es ist mir etwas eingefallen wollte nämlich das neue feld was wir letztes mal erstellt haben besäen muss aber noch dünner und saatgut kaufen aber das muss auch vorher noch gekalkt werden ja könnte man theoretisch auch noch danach machen mit der kleinen sähmaschine der kleinen sähmaschine 25 meter ja du musst einmal drüber fahren ach so meinst du hast recht dann kaufe ich mal ein bisschen 15 16 wir haben ja noch knapp zwei millionen das ist gar nicht mal so schlecht fünf mal sagt gut dann haben wir ungefähr 10.000 von allem dann weißt du was wir vergessen haben nein das mit kurz blöde zu testen stimmt da hast du wohl recht dort sollte man noch tun ja 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 gut dann haben wir bis zur nächsten aufnahme auf dem bist ja ich habe noch was was soll ich vielleicht das discord overlay ausmachen wäre praktisch ja habe ich gerade mal gemacht hey was macht denn der jetzt ach dieses dieses vorwärts rückwärts das check ich hey warum erkennt er jetzt mein saatgut nicht mehr jetzt hat es wieder ach ach ist das spannend ja bei mir schon der erkennt nämlich mein saatgut nicht mehr ja der geht immer und dann geht es wieder nicht warum keine ahnung und dieses vorwärts rückwärts das macht mich kirre ich finde das richtig gut naja du spielst es ja schon lange damit ich habe aber auch erst angefangen dass ich das gar nicht kapiert habe und nachher als ich es mal richtig probiert habe damit zu spielen ist es richtig geil ja klar wenn man das ein bisschen raus hat vorher fand ich es halt auch scheiße ja es ist ja schon realistisch muss man eigentlich schon sagen weil im richtigen auto gibt es ja auch nicht mit der bremse gas also fährst nicht mit der bremse im rückwärtsgang ja gesagt genau oder auch im echten nehmen mit dem traktor ja ja es ist auch so dass man nicht mit der bremse rückwärts wird wäre auch ein bisschen komisch leicht sehr leicht jetzt haben wir hier noch 3000 dünger die wir einladen müssen wir sollten haben wir Grasilage schon gemacht ja im silo also ich guck mal gerade im normalen silo glaube ich im ruf silo oder oder im fahrsilo äh weder noch also ich hab da das glaube ich im silo gefahren was du da im stream was du da im stream veranstaltet hast das weiß ich nicht ne ne stimmt 270.000 sind im silo an Gras das soll ah ne warte man kann in der bga nämlich auch ähm also man muss die bga kaufen dass wir die bga nutzen können und wir können dann auch Gras warte ich muss kurz gucken wir können silage Gras Heu Stroh ähm Mist Gülle kann man alles in die bga einliefern ja und dann kriege ich mein Geld was wir haben die bga schon gekauft ja ach das ist ja gut das haben wir schon getan haben wir dann auch schon äh Gereste ne nein nicht weil man nicht automatisch wenn man die bga kauft kriegt man Gereste das ist nicht so ne ich dachte vielleicht hätten wir da schon was eingefüttert nein äh wie geht das Teil hier jetzt wieder zu ah doch ist er jetzt oder ja ok oh dann kann ich ja doch noch anders hinfahren mit meinem kleinen Dreckerchen hier äh der braucht halt einfach dieser Anhänger hier von Fäderstedt der braucht ja einfach Fäderstadt heißt das sogar gar nicht Fäderstedt hm der braucht einfach beide Straßen also beide Spuren ja ja man sieht nichts wenn man zu spät nimmt oder kaum was wo man schon war wo man nicht war ja das ist immer ein bisschen nervig das stimmt steigen wir mal ein in das kleine Gefährt hier das kleine Gefährt du bist lustig ja das kleinste was hier geht oder achso ne falsche Richtung ja wir bräuchten eigentlich noch so 40 Meter mindestens ja vor allem auch der Case ihr Herr Quadrat ist ja auch äh minimalst mhm oh ich weiß gar nicht ob ich den Hohlweg runterkomme den Hohlweg? achso ah doch das ist immer noch kein Hohlweg für mich schon die Breite reicht gerade von dem Grupper von der Grupper aus der Maschine eigentlich bräuchte man noch ein Ding Fahrzeug ein Ding Fahrzeug ja das Begleitfahrzeug ja so ein Ding Fahrzeug so dann klapp mal aus zeig mal was du kannst hier zähn äh ja aber ordentlich zähn was lächst du denn jetzt an? äh das wäre die Frage was machen wir denn? bevor ich wieder mit Weizen anfange aber wir könnten Weizen oder sowas nehmen irgendwas was in Saatgutproduktion reingeht ach warum leck das hat's mir gut geleckt sorry escape ja oooohh kannst das nicht ausstellen das Spächer ne ich glaub nicht ähm Saatgut Weizen, Gerste, Hafer oder Roggen was nehmen wir? Roggen ja dann hab ich noch nie gesehen hab ich schon eingestirnt ähm so abschicken Internet mach jetzt keine Fax naja jetzt geht sie da naja wieder mor so war ich jünger oh Gott die Lenkung von dem Quadrakt die mag ich überhaupt nicht ach das ist wieder am Ende des Monats und das Internet wird am Ende die letzten drei Tage des Monats immer beschissener na dann sei froh dass der letzte Tag ist ja bin ich auch so ja dreimal werde ich hier drüber fahren müssen dreimal also einmal na viermal in der Mitte dann doch lieber viermal ich muss die Draufsicht machen also die Kurviersicht damit ich ordentlich sehe ja ja das stimmt ich fahr dann gern auch mit der Minimap weißt du mit der ähm PDA heißt es so ja ah da siehst du ja nicht wo gedüngt ist und wo nicht auf der kleinen Minikarte achso ne dann ist es nicht die PDA ja ja die große ist die PDA ja die wo du schauen kannst wo gedüngt ist und wo nicht ja genau aber es dauert zu laden eigentlich nicht ein Stück ja doch wenn ich wieder was neu gedüngt hab dann dauert das wieder im Moment so ladig ja das ist klar also er zeigt dir nur den letzten Stand an und wenn du dann per Dings weiterfährst per Dings kennst du Dings? ne ich kenne Bums Dings Bums ne das ist ähm per Fortfindungsstörungen äh Tempomat meine ich ja die das Tempomat dann ähm dann fährt es halt äh dann zeigt es dir halt nicht an wo du jetzt gerade bist ja so aber ich denke mit der Sämaschine hier kommen wir ziemlich schnell voran äh aber wir haben doch schon eine Ernte eingefahren oder? wo haben wir die denn hin? haben wir die auch ins Silo? frag mich nicht guck du mal nach sonst leckt es bei dir wieder ja sonst da muss ich anhalten ausmachen dann hast du ein bisschen Zeit dann hast du ein bisschen Zeit nö ist nichts im Silo ich weiß nicht was du im Team veranstaltet hast ne das hat mit dem Team nichts zu tun wir mussten doch neu anfangen verdammt ich kann es vergessen wir haben ihm auf der Lohshügel haben wir angefangen zu haben wir schon geerntet gehabt kann sein du weißt das nicht mehr siehst du aus? anscheinend nicht ja hast du gut bemerkt dann verfüttern wir demnächst mal das Gras einfach an die BGA das wir Gärreste für Dünger kriegen das wir nicht immer Dünger und Gärreste und Saatgut dazu kaufen müssen hm das können wir dann in der nächsten Folge machen ja also morgen dann wie gewohnt 18 Uhr und 16 Uhr IP genau bei Varuna bei mir nicht ja das haben wir ja auch noch bei mir gibt's nur die Marschfelder dann dann auch um 18 Uhr immer das ist gut und das freut mich ich hoffe mal dass es bei dir funktioniert hat wenn die Folge raus ist das hoffe ich auch den Kanal von Tigerfarm habe ich unten verlinkt in der Beschreibung schau da gerne mal rein und natürlich ein Abo dalassen bei dem Tigerfarm ja das wäre nice das wäre nice ja so ich bin fast ich bin fast durch hätte ich die Probleme mit dem Ding nicht gehabt mit dem Dünger aufladen dann hätte es geklappt geklappt nein Baum schon hat es nicht mehr geklappt ja das Ding ist halt mega breit dann mach mal Abmoderation jo liebe Leute wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like Abo oder Kommentar da natürlich auch bei dem Tigerfarm ja oder natürlich alles so wie ihr wollt würde uns freuen und bis morgen haut rein macht's gut ciao ciao